Dieses Video erklärt den Begriff Wahrscheinlichkeit. Mein Name ist Heidi Seibold und alle Informationen aus diesem Video sind auch unter www.crashkursstatistik.de zu finden. An dieser Stelle möchte ich mich bei Alexander Engelhardt für die Webseite bedanken und dafür, dass ich die Materialien nutzen darf. Jetzt aber los! Was ist denn nun eine Wahrscheinlichkeit? Eine Wahrscheinlichkeit ist ein Maß für die möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments. Bei einem Zufallsexperiment wissen wir, welche möglichen Ereignisse eintreten können. Zum Beispiel, morgen regnet es und morgen scheint die Sonne. Aber wir wissen nicht, welches Ereignis auftritt. Mit Wahrscheinlichkeiten können wir aber jedem Ereignis eine Art Gewicht geben und zum Beispiel beschreiben, dass morgen ziemlich sicher die Sonne scheint, mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent und es ziemlich sicher nicht regnet, nämlich nur mit 10 Prozent. Wahrscheinlichkeiten können ausgedrückt werden durch Prozentzahlen, wie zum Beispiel 50 Prozent, Brüche wie zum Beispiel 1,5 oder Dezimalzahlen wie 0,5. Alle drei Darstellungen bedeuten dasselbe und sind daher auch richtig. Welche man verwendet, bleibt einem selbst überlassen. Man kann also sagen, morgen scheint die Sonne mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent oder morgen scheint mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 die Sonne oder auch morgen scheint mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 die Sonne. Viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Man kann sich mit ein paar Tricks überlegen, wie man es besser formuliert. Zum Beispiel könnte man sagen, hätte ich 10 Paralleluniversen, würden in 5 die Sonne scheinen und in 5 nicht. Oft nutzt man das auch bei Personen. Sagen wir bei der Wahrscheinlichkeit, ob ein Junge geboren wird. Hier kann man sagen, bei 100 Schwangerschaften werden im Mittel 50 Jungen geboren. Im Folgenden werden wir die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses E mit P von E bezeichnen. Es gibt verschiedene Auffassungen bzw. Definitionen der Wahrscheinlichkeit. Für die gibt es nämlich keine eindeutige Beschreibung, sondern mehrere. Vier davon sehen wir uns hier an, nämlich die Laplace-Wahrscheinlichkeit, die objektive oder auch frequentistische Wahrscheinlichkeit, die subjektive Wahrscheinlichkeit und die axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit nach Kölner-Gorov. Fangen wir an mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit. Diese Definition der Wahrscheinlichkeit setzt voraus, dass alle elementaren Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Es ist also möglich, bei Zufallsexperimenten wie einem Münzwurf oder einem Roulette-Rad. Beim Münzwurf ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl je 0,5. Beim Roulette-Rad erhält man die Zahlen 0 bis 36 mit jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch 37 oder 1 37. Die Laplace-Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis E ist definiert als die Anzahl der günstigen Ereignisse oder Ergebnisse geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse. Wobei günstig immer für das Ergebnis steht, das einen interessiert. Wenn ich beim Roulette auf die 7 setze, ist die 7 günstig und die Wahrscheinlichkeit, dass die 7 gewinnt, ist 1 durch 37, also 2,7 Prozent. Als nächstes betrachten wir die objektive Wahrscheinlichkeit oder auch frequentistische Wahrscheinlichkeit genannt. Hier geht es um die Vorstellung, dass man ein Experiment beliebig oft wiederholen kann. Zum Beispiel lässt man ein Reiskorn auf ein Schachbrett fallen und will wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man im oberen linken Feld landet. Hier kann man die relative Häufigkeit berechnen, indem man einfach die Anzahl der Treffer durch die Anzahl der gesamten Versuche teilt. Der Grenzwert dieses Bruchs, also der Wert, der herauskommt, wenn man die Anzahl der Versuche unendlich groß wird, ist nun die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Dieses Konzept beschreibt die objektive oder frequentistische Definition der Wahrscheinlichkeit. Manchmal kann man Experimente nicht beliebig oft wiederholen. Die Aussage, die Klausur besteht zu 80 Prozent, basiert zum Beispiel auf einer subjektiven Wahrscheinlichkeitsauffassung, da sie geschätzt und nicht berechnet wird. Diese Wahrscheinlichkeit kann man auch als Grad persönlicher Überzeugung auffassen. Nun kommen wir zur Wahrscheinlichkeitsdefinition, die euch vielleicht auf den ersten Blick am kompliziertesten erscheint. Die axiomatische Definition. Axiome sind Aussagen, die nicht bewiesen werden, sondern ohne Beweis vorausgesetzt werden. Mathematische Gebiete beruhen oft auf einigen wenigen Axiomen, mithilfe derer dann alles andere bewiesen wird. Die drei Axiome, die die Wahrscheinlichkeitstheorie begründen, sind die folgenden. Erstens, die Wahrscheinlichkeit für jedes erdenkliche Ergebnis liegt zwischen 0 und 1, jeweils eingeschlossen. Es gibt also keine Wahrscheinlichkeit von minus 0,5 und keine Wahrscheinlichkeit von 2,4. Zweitens, ein Zufallsexperiment muss ein Ergebnis haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Ergebnis rauskommt, ist also 1. Drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeines von zwei Ergebnissen eintritt, ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der beiden einzelnen Ergebnisse. Dies gilt aber nur, falls die beiden Ergebnisse sich gegenseitig ausschließen. Diese drei Axiome wurden natürlich in mathematischen Formeln verpackt. Man versteht diese Formeln am besten, wenn man sie mit der Textinterpretation vergleicht. Ich wiederhole den Text einfach noch einmal und ihr versucht, die Formeln dazu zu verstehen. Erstens, die Wahrscheinlichkeit für jedes erdenkliche Ergebnis e liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 und 1 selbst eingeschlossen sind. Zweitens, ein Zufallsexperiment muss ein Ergebnis haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Ergebnis herauskommt, ist also 1. Drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeines von zwei Ergebnissen eintritt, ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der beiden einzelnen Ergebnisse. Dies gilt nur, falls sich die beiden Ergebnisse gegenseitig ausschließen. Wenn ihr jetzt noch nicht gleich mitgekommen seid, kein Problem, ein Video kann man ja mehrmals anschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video ist hilfreich für euch.